Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play! Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist wirklich... Oh, der City hat nicht gestartet, geil. Gut. Gut. Super, Camtasia. Du nimmst mir Camtasia auf. Ja, nicht Camtasia, Oh, der City. Alles klar. Ja, ähm, hallo Leute und willkommen zu Portem 2. Ähm, wir warten jetzt noch, bis Tharius OBS sagt ja, das aufnehmen. Hallo Leute, willkommen zu Portem 2. Okay, schreibst du in die Gruppe? Ähm, ja, ähm... X3, alles... Ne, warte mal, Hashtag alles weiß mir. Ist egal, mach einfach. So, 3, 2, 1, Joe. Ich hab Joe gesagt. Joe. Oh, hi. Wir haben uns hier in den Kring gebaut, das heißt, wir müssen hier raus. Wir müssen türmen. Und jemand hat in der Portem-Gruppe geschrieben. Was? Alles klar, Kentox-Scoutet. Egal, YOLO. YOLO. Fangen wir. Aber Kentox kennt ja unsere Rüstung nicht. Richtig. Und wir haben das hier. Ja. Und wir haben das hier. Ja. Wir bauen uns straight nach oben. Ja, das ist eine gute Idee. Straight. Hoffen wir, es fällt dein Kies auf unseren Kopf und wir sterben. Ja, deswegen baue ich mich ein... Deswegen baue ich mir hier so zwei Wege nach oben. Sieben. Du kriegst jetzt Kentox wirklich auf den Server, Mann. Also, Kentox will mich doch verarschen. Sag dich da, es gibt keine Freunde. So, go. Warte mal, er hat geschrieben. Tari, nein, ich targette dich jetzt nicht. Alles klar. Ach, übrigens, wir haben unseren Bildungsauftrag vergessen. Wir haben nicht alles klar gesagt in der ersten und zweiten Folge. Was ist? Wir haben nicht alles klar gesagt. Ah ja. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. What the fuck? Alles klar, Fetch. Ich steh mir halt im Weg. Ich bange. Halt die Fresse. Ähm, nicht nachbauen. Oh, Junge. Sag doch, ey, klar. Nicht nachbauen. Das hast du zu spät gesagt, Arschloch. Wollen wir nicht hier irgendwo gucken? Guck mal, Eisen. Eisen. Nimm mit. Nicht rennen, ganz normal. Jo, ganz easy, bieb. Ich nehme jetzt Java weg. Ja, danke. Danke. Vielen guten Morgen. Danke für diesen tollen Tag. Ich glaube, die... Hier waren wir doch schon mal. Äh. Ich nehme mal die Kohle mit. Jo, jo. Kohle ist immer gut. Danke für diesen... Nö, 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 nö. So, wollen wir erst das Aromenkram wieder? Äh, nee, ich will erst mal Kohle sammeln. Level 10. Ja, ich habe das noch mal gesehen, da waren Erfahrungsfläschchen. Ähm, da waren genügend Bücher, ähm, da waren genügend Bücher, ähm, um bessere Verzauberungen zu bekommen. Also Bücherregale. Ja. Das ist, ne, sorry, aber es... Das war ein bisschen okay. Da habe ich kein Verständnis dafür. Und dann auch noch Heilungstränke. Ja, das war ein bisschen krass. Äh, ich muss essen. Wollen wir uns, je nach oben. Ähm, ja, okay. Und du zeigst jetzt nicht deine Koordinaten, sonst verkackst du es wieder einmal, Kevin. Ich, ähm, kein Peter, halt, du bist nur scheiße. Würde ich jetzt auch sagen, Mann. Okay, dann sag es. Nee. Der Anteosiasmechanich. Ja, dich nicht, aber mich hast du total. Jeder hast dich. Halt deine Scheißresse. Nein, ich habe Kohle. Okay, du hast gewonnen. Ja. Nur weil du keinen Kohle hast. Richtig. Da habe ich das Geld. Ja, warte, warte, warte. Ich setz mal hier eine Werkbank. Oh, die nächsten wollen drauf. Die wollen mich doch alle verarschen, Alter. Mein Gott, heute reden die über ihre Mittags- Komm, sollen wir schon, dann ist hier Fan- Fan-Treffen da was. Ja, glaube ich auch. Warte mal, schreib mal kurz Fan. Treffen. Oder. Was. Ja. Eisen. Nice. Ich habe mal Eisen bekommen. Nee, nicht nur Eisen. Ich baue mich vielleicht nach oben. Ich glaube, laber. Das ist nicht gut. Nee, nee. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, bin ich drinne, dann weißt du Bescheid, dann haben wir verkackt. Hast du Erde abgeschlagen? Ja, ja, das war es. Lollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollolloll Wir haben noch ein bisschen Liss für die Schuhshauer, damit ich nicht wieder die GEMA hochstelle. Ich weiß immer noch nicht, wie du drauf kamst, Alter. Ich auch nicht. Oh. Well. Ne, gib mir mal die Spitzhacke wieder. Ich hab ne neue für dich. Einfach nur Kohle abbauen wegen Erfahrung. Und wir müssen auch heute so viel machen, wir müssen Essen, Zuckerrohr. Manche bekommen einfach schon die Sachen zugeworfen. Also halt mit der Mitte, das war, äh, ne. Alter, wie hoch ist das doch Kram. Nicht so viel in den Bergkisten landen oder so. Guck mir gerade ein bisschen vor. Kannst du bitte beim nächsten Mal dein Popo abwischen? Da-da. Blackbird. Naja, passt schon. Nein, passt nicht, wo ist denn Blackbird? Was ist, ich wollte, äh. Ich bin im... Jawoll, jetzt leider. Ähm, es ist... Es ist nachts. Mh, Abenddämmerung. Warte, 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 hier. Holz. Aber ist er alleine? Hä? Ist, äh... Ist dein Partner gestorben? Ich frag mal nach. Ah. 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 Ich dachte schon. Ich dachte, wer jetzt... Oh, Junge, das ist dein Name. Oh, jo. Alles klar. Ja, so heißen wir. Ja. Ja, ich muss doch irgendwas sagen. Alles klar, äh, hier... Fetisch ausnehmen. Wenn der Einzige, der es mittlerweile nur tut. Alles klar. Ami ist Keith, äh, Keith, äh... Wollen wir uns hier ein bisschen Keith mitnehmen? Für... Für Flint und so. Was ist denn das hier? Da geht nach unten. Minecraft ist super. Und dachte mal, ob Äpfel runterfallen, wegen goldenen Äpfeln, ne? Ja, 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 ja. Soll ich mal hier... Bäume abfällen? Jo, jo. Ich... Warum ist da... Fleisch von einem... Kaninchen? Wir das halt... Wir das umgepackt haben irgendwann. Oder Kentalk. Weil Kentalk ist verdammt nah. Wo bleibt Kentalk? Wenn Kentalk so nah ist, sollen wir dann nicht eher abhauen, Mann? Was? Kentalk ist doch unser Freund! Es gibt immer noch keine Freunde hier. Aaaaaaah! Na gut, dann hauen wir ab, ne? Ja. Ich hab jetzt sieben Flint. Fast schon mal fürs Erste. Ach, das war ein Hase, Mann. Ich dachte, das wär jetzt ein Gegner. Ein Hase, Mr. Hase! Oh mein Gott! Au! Was machst du? Ich hab mir das Bein gebrochen, lass mich! Wir brauchen Zuckerrohr, das ist wichtig. Für Fahrbartisch und so. Und ähm, hier. Wart mal kurz. Nicht erschrecken. So. Wasereimer. Wassereimer! Oh! Guck mal wo wir sind! Bock auf Neta! Nein! Okay! Nicht unbedingt! Oh Junge! Oh Junge! Yes! Bist ein Monster Hunter! Da 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 da! Hier ist ein Ofen! Hinter dir! Hinter dir! Geh weg! Geh weg! Au! Ich habe einer! Au! Au! Du Dreckst! Ich geh das überhaupt nicht an! Eisen! Wo? Das Ding hat Eisen gedroppt, Mann! Reis! Komm wir morden den! Guck mal hier ist ein Ofen! Was? Jaja! Wo ist da was drunter? Nö! Schade! Nehm ich aber trotzdem mit! Ja! Wir sparen! Acht! Steine! Ja! Wir sind auf Sparkuss! Oh Lehm! Brauchen wir Lehm? Für Blumentöpfe? Warum wollen wir uns Blumentöpfe machen? Das war Ironie du Faggot! Ironie hin oder her! Warum? Aua! Ich hab mir wieder das Bein gebrochen! Ich werd nix sagen, weil ich brauch bald was zu essen! Loll! Jo! Jo du hast den! Gib mir den Meier! Halt! Halt! Zwei nur! Fuck! Egal! Gib ihn her! Ist ein Bogen! Mann! Immer muss ich was abgeben! Wow! Ich hab zu kurz... Hast du Pfeile? Ich hab zwei! Ja! Ich hab vier! Komm her! Ja bitte! Okay! Und duvww! Jaja bitte! Dies ist ein BosSt%ers! Aber... Nicht mit meinem Partner, Mann. Brauchen wir Flint? Ich hab sieben Stück. Ja, komm mal her. Hier liegt eins. Mein Inventar ist voll, deswegen, Mann. Achso. Guck mal, hier haben sich welche weit gebaut. Ja, passt schon. Die sind ja hier nicht zum Handen, sondern um zu überleben. Ja, ist ja nicht. Keine Ahnung, kein Taus. Wo sind bitte Tiere? Creeper! Was? Junge! Noch einer! Hallo, Lackba! Ich bin ja ganz vorsichtig, übrigens. Die Fresse, du bist gar nicht vorsichtig! Guck mal. Kaninchen. Komm, der Rieck! Kaninchen! Kaninchen! Ich hab dein Fleisch! In der Mann, Achtung! Wolle wir nach Päder holen? Nicht angucken, nein, 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 nein. Wir sind froh! Oh, Junge! Oh, Junge! Oho, ich hab schon geblockt! Hast du noch was zu essen? Äh, ein Steak. Oh, Alter, wir haben richtig, richtig Mangel, Mann. Ja, dafür sind wir doch Wanderer, Patrick. Ja, wir brauchen aber immer noch was zu essen, Mann. Und wir brauchen immer noch Zuckerrohr, Mann. Essen ist viel wichtiger als Zuckerrohr, Mann. Ah, ein bisschen irgendwie geil, aber wenn wir... Warte, Pilze, 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 nimm die Pilze mit. Ja, äh, ich hab keine Pilze geschickt. Äh. Hier sind Pilze. Hier könnte Zuckerrohr sein. Das ist die Kuh! Töten, töten. Ah! Ah, da kommst du nicht ran. Das wär gut. Kommst du nicht an der Kuh ran? Das ist die Kuh. Da war doch ne Kuh. Ja, die hab's getötet. Und? Wie viel hat sie gedroppt? Äh, drei Stück. Gut. Also maximal. Zuckerrohr! Yes, Mann! Ja, aber wir haben immer noch kein Essen! Egal. Eins zu zwei Zielen erfüllt, Bitch. Jawohl, Alter. Da ist wie ein Creeper. Ja, locker easy. Hol das Zuckerrohr. Wo ist denn Zuckerrohr? Ich habe Zuckerrohr schon. Wie viel? Äh, vier Stück. Das heißt, wir können... Nimm, nimm dir einen Creeper! Creeper! Oh, Junge. Gut, dass ihr das getan habt. Der Tami ist fast tot gewesen. Junge, wie viel hat sie das? Äh, alle. Du, das ist ein Dorf, by the way. Wo guckt, dass es denn einer war? Ich würde sagen, wir harren hier aus. Geh mal nicht so weit nach vorne. Warte. Warte, da ist ein Skelett mit einem verzauberten Bogen. Da ist... Hier war schon einer. Aber hey. Wir können hier... Ich geh auf das Skelett mit dem verzauberten Bogen. Okay, ich mach mir schnell noch eine, äh... Der Dreck-Skelett hat nicht sehen. Wir machen jetzt eine Dias-Bettacke für, äh, Dian. Ähm, warte, wir müssen uns gleich einbauen. Ja, ich brauch noch hier das hier ab, schnell. Wo bist du? Lass uns zu der Schmiede gehen. Ich bin bei der Schmiede. Wo? Dort, wo die Öfen standen. Bei der Schmiede. Ich hör halt gerade, wie der jemand umbringt. Nee, ich bin da nicht. Loll, der Blackbird. Kommst du? Okay, jo, jo. Easy peasy. Fünf Sekunden. Easy peasy. Und jetzt der Workbench. So. Das Gute ist, da wir im Voraus aufnehmen, kann ich keiner targeten. Richtig. Ja. Jawoll. Und ich hab kein einziges bei die Koordinaten eingeblendet. Ja. So. Dann hätten wir das geschafft. Äh, wir nehmen später nochmal weiter auf. Für Samstag. Ja, und ich würde dann einfach mal sagen, das war es von meiner Seite aus. Ich gebe natürlich dafür, dass es so wird. Ich würde einfach sagen, ciao Leute, dann rollen. Ja, Leute. Wir haben Zuckerrohr. Jetzt, äh, können wir verzaubern. Also, so gut wie. Oder? Können wir es verzaubern? Nein, noch nicht. Wir brauchen noch zwei Obsidian. Aber, hey. Wird schon. Ciao.